ein wunderschönen heiss immer darin links ja also schoffen dass man ihren von ein kilo ob rettung fallen das mal renke fertig gehen dass man die perfekte mauer endlich schon mal was kennt auch nach einer sache bauen wie kannst du doch mit ja ich weiß das ist mein let's play wölfe teich die mauer fertig kregen oder singen hülle an der geist Oh, ein Höhlen. Oh, ein Höhlen. Oh, oh, äh, äh, hä? Ähm... Fuck! Wie kommst du runter? Du, 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 du... Oder gesehen? Hier, du, du, du... Okay, schau von der Kruton... Da geht's fisch, fischlich sauer. A Rosen, a grauen sesch. Also, wie immer. Äh! Äh! Weil, weil... Moment! Moment! Gut! Pfff! Scheißegal, er hat verloren. Ähm... Musik! Ich hab's gefallt, was ruhe ist! Shut up enthalb ihr Mauls! Ich hab's gefallt, was ruhe ist! 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 Du, 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 du... Sexpenkmale! Nee, das geht zwar nicht, Jungen. Egal, wie gut er kann sein. Die Rezepte können da nicht cool werden. Was ist der King? Haben Sie auch gesehen? Da-da-da-da-da-da Sie sind immer immer erstaunt. Wie gut, Litsuboye können singen. Und dann denken Sie schon, WTF, wie weit gehen die Leute nicht unterstützt? Ja, ganz einfach, weil sie benutzt, ähm... Weil sie benutzt... Connection zu den Paraport zu den anderen Leuten. Das fand ich traurig. Warte mal, guck mal, du musst bestimmt unterstützt werden. Ich kann sie. Nee, sorry. Ja, genau wie Fußball hier im Land. Aber ich will ganz persönlich sagen, Fußball ist das dümmste Sport, das kein Mensch braucht auf der Welt. Da sind sie schon immer wieder dabei. Aber wenn ich gucke, den Preis für sie kriegen, dann denke ich mal, okay? Das ist letztens bei der Regierung, der Fußball in der Stadt ist, was die Normen hat. Und dann stützt... Sport achten. Ich mein, ich hatte das schon, denke ich, mir wie immer gesagt. Wo man auch tatsächlich die Chance noch zu gewinnen. So, bis wir... Zum Beispiel... Das Fußball, wo man... Weltmeister sind. Hm? Ja. Oder... Was tun wir noch? Killen, Darts, Bowling. Da ist ihm auch noch gut dran. Okay, das ist... Okay, das ist... Das ist ein gewisser Grund. Da sind wir... Sind wir gut dran. Ja, weil den, äh... Spur, das man ja so kann nennen, von der Wirtschaft gespielt hat. Sonst wären wir auch nicht so gut dran. Ehrlich gesagt. Mit... Das ist aber so... Du hast letztens bei ihr noch gut dran. Du kannst etwas machen. Du kannst etwas rappeln. Dann... Ganz einfach nicht... Du kannst den letzten Boya drohen. WTF, 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 WTF. Yes, guter Kuten. Du, Metallisch! Du, 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 du... Bazinga! 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 Ja. Ich fand in der letzten Zeit... Wann ist mir wirklich viel zu viele Projekte abgeladen. Wo ich auch selber schuld bin, natürlich. Weil ich auch schlecht nicht kann. Ähm... Ich, ähm... Es sind ja... Ich würde so relativ oft, dass wir noch ein bisschen unterdriefen. Ähm... Wie kommt vielleicht aus? Wie? Ah, nee. So kommt es raus. Ähm... Relativ oft, ähm... 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 Das ist tatsächlich so. Ähm... 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 Ähm...